Hallo Leute, ich bin hier bei der TeXplorer. Also, wir haben den letzten Tag mit dem Digital Miner. Und dadurch mit den Solarpanels. Ich bin einfach Kapazitator und ungeschlossen. Ich habe verschiedene Sachen getestet. Wenn am Anfang alles fällt, werde ich zwischen der Folgen ausprobieren und gucken, als ich mal einzigen. Das meint ich alles. Wir müssen normalerweise immer nach Top-Namen rumfahren. Das ist die Schlange. Dann gehen sie gelöscht. Abschied der Fall. Das heute funktioniert teilweise. Batterie ist noch voll. Ich habe schon ein guter Platz. Und wenn ich... ...pick-ackt, was lief. Heute tust du davon. Das wird gar nicht geheilt. Im Abschied der Fall, werde ich mal auch wieder machen. Also, am Anfang der Zeiten alles... ...werden wir... ...unmachs bauen. Und wir werden jetzt neben der Scheimer den... ...Apaction-Dash sichern. Die Sachen bleiben dran, gell. Ne, jetzt ist hier ein Reis geplatzt. Okay, boah. Darum nicht alles, was Lodo an der Truhe war. Schöne, ich habe eine Sache. Ich versuche jetzt zu gucken, wie kann ich am effizientsten schaffen, mit der Maschine, die ich da habe. Und äh... Ja. Du und ich reißen, dass es besser soll abhören, als gehen wie die du. Und... Ihr seht vom nehmsten Stil, wie das werde ich auch schon... Wow, ich weiß, könnte ich das nicht machen, mit dem Tool. Ach... Ich habe gerade gedacht, ich werde das durchgeschehen. Ähm... Aber ich müsste mir mal ein bisschen... Ah, warte, sind die schon gedrückt? Und wow, das ist schnell gegangen. Schon natürlich in der Folge gemäht, ja, ja. Schwert kommt zurück. Gut. Äh... Wie ist das Sauerstoffvorrat? Nicht top. Geh mal das Schiss noch schnell abfüllen. Ich habe hier... Ne, ne, wo... Du hast das gemäht. Oh mein Gott, ich gehe gut in den Smartminger, ich in der Basis, ja. Ich wollte schnelle W für Opa bauen, ein zweiter W, weil sonst laufen sie immer durch die Engdier. Ah... Das ist wirklich so, fucker. Ich müsste hier ein Solarpanel installieren, ehrlich gesagt. Das wäre für mich sinnvoll. Ähm... Hm... Ich installiere es sogar für den Moment. Obwohl, nein, 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 Galactic-Kräfte ist immens behundert, was Sachen nur geht. Ich will einfach bis zur Quelle... Brenne das mal dran. Und dann... Okay. Geht abgefüllt. Äh... Also, was wir machen, also wie gesagt, das Ganze da muss installieren gehen. Und Dash sammeln. Für und allem dürfen wir uns ein Stück Dash-Mod geholt direkt. Ich hoffe, es geht da mal in. Wenn nicht, dann schieße ich mal da einfach hier aus dem NEI raus. Und, äh... Aber so viel Sauerstoff brauchen wir die Jolo auch nicht. Junio, verdammt viel Platz, die Dinger. Und, äh... Und, äh... Ich will nämlich, was ich getestet habe, ist wie gesagt, ein anderer Solarpanel. Der fräht... ... ...verlativ viel. Der Titanic ist ein nächstes Niveau und da kann ich den eben neinkauer multiplizieren und neinkau multiplizieren. Für den Heuten brauchen wir einen Block Diamant. Und so ist es ganz einfach zu bauen, ne? Wirklich erstaunlich einfach. Und, äh... Für den Heuten ist es einfach nur achtmal den Heuten rundherum eine Menge Energie notwendig. Und dann... ...wahrscheinlich ein Dosen von den Panels machen, wo ich lohne. Haben wir lang genug gewagt, denn heute muss es voll sein. Voila. Warte mal direkt installieren. Und dann gehen wir rauf. Ja, ich hätte heute gebaut. Wir schneiden dann jetzt. Komm, wie geht das vielleicht? Ist doch ziemlich egal. Und... Da gehen wir, ob du machst. Also, das Query. Na? Kann mal gut. Mühe gerade nöchtern. Das ist ne Top. Schön neues Getrickspot mit mir. Ah, ich rufe mich einfach. Ah, ich bin noch, ähm... Ja, ich bin noch, ähm... Ja, überprüft, was verschiedene Sachen tun. So gehen die ultra stark sind im Allgemeinen. Ich wollte gucken, ob die Alternative dazu gehen gehen. Und, äh... Nicht wirklich. Boah, setzen wir heute neu ab. Gut dann. Gut dann. Und dann. Und dann ist gut. Wir werden wir die unter dem Allgemeinen. Ne, hab ich halt nen Gurkchen von denen ne. Ok. An dem Fall muss ich da ... Das ist interessant auch ne Duckelgraf gehen. Hier so ein Block ... Ok, 100 Stück, perfekt. Anders schafft ihr das. Zuerst du, ich werde nur einen Moment aus dem Buffer laufen. Während dem Setzen ist vielleicht doch den ... Wir setzen den heute noch ab. Also setzen den neu, hätte ich gesagt. Mach hier Scheiss rund um den Portal, ja. Oh, Wadstone. Ich mein die ... Ja, Kristalldruck ist gerade drinnen gegangen, ja. Ok, den hab ich gefangen ... Und den fängt nicht noch ab. Ah, haha. Ist das mal alles ruf gefallen? Ne. Ok. Weil, heuer sie wohl das, zum Beispiel, ne. Und ... Wir werden so viel wie manche davon noch brauchen. Ich weiß aber was, ich meine, dass ich da raus will, äh, in der Nacht. Wird nicht ein dauernde Klang rein. Schon mal nicht gefühlt, dass das gekloppt hat. Nein. Oh, Wad. Oh, das Klang ist die 9 von der Truhe. Das wird sich das Samm von Gucki erschwert, Mann. Ok, 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 schnell, schnell, schnell. Oh, nicht da zu weh. Oh. Du weinst. Die schöne Puppe ist auch mal angemett. 1. Volaah. Ich hab doch noch Gue, wenn wir nur nochCC durch gesehen, das ist ja mal nicht schlecht. Ich bin schonig glücklich, dass der mich gesehen hat. schon immer das gefühl mit dem du gerade miteinander das gehört nice okay der teilen der ton der ton waren sich mal der teilen okay bettung Voila, und dann hat der Schnitt noch ein Stück. Warte, ich brauche eh von denen, eh von denen, am Subsurface auch noch. Jetzt sind drei verschwinden, ne? Ne, die Zwöln geht schüße drauf und ich habe es falsch gemacht. Voila. Das hat schon eine Rolle, es fährt gut aus falsch gehört. Das klingt nicht so gut. Äh, ja, das hängt zur Klappe, ne? Das wird schon nicht wirklich falsch gehört. Oder so viel Bulli. Ah, okay. Das ist cool. Den hab ich gerne. Und den Hai. Hab ich gesehen, ich hab Fung in der Leiste für... Ne. Also. So. Dass der andere nicht rausgeht. Im Moment geht anscheinend so viel... Das geht doch hoch. Man hält sich keine Energie her raus, ne? Das ist komisch. Ne, das ist voll. Man hält die Energie nicht. Äh, ich probere nicht. Ich hab's... Kein Sinn, dass die Maschinen nicht ganz kompatibel mit denen sind. Das hat sie stehen halt ein Hai an deine Kabel. Weil das sind ziemlich universelle Kabel, die tun. Ah. Wasn't disabled. Okay. Äh. Ich weiß nicht, warum er das direkt gelacht hat. So. 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 fahrt und der form kann ich benutze für ein oem drive fahrers data jetzt sind spezielle ärzte ah ja ich kann verdöbeln schmelzen induktionsprozess marzina bach man som ging doch schon grund das kräft steht der fall wird machen nicht ob ich normalerweise ich meine du mal alles na ja ich kann indem man stoppen und meine du mal wegschauen die ganze material wo man brauchen für das wird noch wollen als nix machen die adi es kann schnell gehen schlussendlich sind digital maine aus dem glanz und hier in dieser gegend brauche ich gönne mir nur das zu sichern das hat 40 drin erwarte was ein bisschen meteorik aber ich würde so viel und ich müsste den effektor beisatze für maize kreieren da sind ein von dem und das verdöbelt ich muss ja nur gucken und den hei das ist was ich fand Hier ist das Bulli. Wow. Wie traurig. Oh, sie ist so froh, den Digital Miner zu haben. Das hat das confirmiert. Wirklich. Ich habe noch ein Problem, wenn ich das so mache, aber gut. Du hast einen Druck voll, aber was sollst. Also. Wir können mal auf jeden Fall... Komm, wir gucken, ob wir es hier machen. Okay. Oh. Michi... Du wartet. Schön gesehen. Da soll ich mal ein ganzes Packchen direkt. Wir warten. Da geht das auch. Mit das nicht, kann ich das auch machen. Ja. Und das heute? Wie geht das gemäht? Das geht... Ah, okay. Das werde ich meistens kreieren. Sonst würde ich das raus schlauen. Okay. Ich will... Ich will... Boah. Wir machen doch mal ein ganzes Packchen davon. Ja. Und der Rest. Geht ans Schmelze einfach. Wir können so einfach kreieren, das ist mir egal. Das ist alles. Ich will den anderen, der keine Energie benutzt. Ich will den anderen, der keine Energie benutzt. Ausatze gut. Das ist noch Energie, oder? Das ist schon ein riesiger Buff aus mir. Okay. Also wir räumen das heute mal an. Komm, wir räumen ein bisschen besser ein Querv zusammen. Ups. Ich habe gerade ein Kristalldruck geräumt. Das wollte ich nicht. Ich werde mal eine Kurve machen für... Die ganze Staffel. Also... Ich will meinen Crystal Chest rein. Ich gucke mal, ob ich nicht noch ein Backpack bin. Darf ich schon noch ein? Ah, du hast eh Stuff dran. Weißt du, Mann. Ich räume nachher mit einem Digital Miner Set, für das ich den immer schon jetzt zusammen geräumt habe. Äh, ja. Ich meine, das war alles, ja. Und dann kann ich das da dran. Forte mal den Schlaufsagen. Schlaufsagen bin ich noch so wenigstens. Ich weiß nicht, als Bett. Das ist jetzt nicht mehr zu verkaufen. Ich finde, ich stehe. Da sind direkt am Spawn. Das ist mir schlimm. Okay. Heute passt es sicher dran. Voilà. Merci. Feier ist das Stück. Bam. Wir würden... Maybe genug. Am Anfang der Morde können wir nämlich auch in alle Quests endlich erfüllen. Und zwar The Laser Gun. Für The Laser Gun brauchen wir... Compress Titanium Dash on. Okay. Ich hatte das mal am Titanium nicht gesehen. Ach, schweb. Ach, schweb. Ach, schweb. Schweb. Ach, schweb. Ach, schweb. Ich bin gerade hier mit meinem Yes-QF. Ach, ich bin ein bisschen vom Jerky-Wäschraum. Ich habe Gold bei mir, wo ich nicht brauche. Das brauche ich nicht. Ich brauche keinen Excavator am Anfang. Aha. Rotten Flash. Ob komme ich mal einfach fort für den Moment. Ich habe mein Schicksal. Was soll ich mir da tun? Questbuch. Ich bin auch... Ich bin keinen Jimmer dabei. On. Man. Super. Yes-QF. On. Man. Digital Miner-QF. Nice. Okay. Sollte, dass wir das gemäht können, gehen wir mal ein 4k checken. Wie gesagt. Nächste keer gehen wir dann Richtung... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Febos. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich sehe von den Monden vom Dingern. Und komm mal raus. Ich wollte am Funk sein. Sein Tank gucken. Und das Kranche anscheinend nicht so gewesen. Ich bin nicht mit Perspektiv gewesen. Okay. Wo ist der Fuel Loader? Ich mache mal ein ganzes Reiskanister. Das ist mal eine Sache. Und dann... Wo ist die Maschine? Wo ist der Buggy? Wo ist der Buggy? Wo ist der Buggy? Die war nach rein. Die war nach rein. Die war nach rein. Die ist verschwunden. Mein Buggy ist fort. Was lebt? Oh Gott. Und ich gesehen auch nicht wo mein Fuel Loader ist. Das ist komisch. Boah. Ich hole mal den einfach. Weil ich baue keine einen. Und sage bei mir waschpuppen. Ich kann nicht dafür. Dosen. Ja. Da brauche ich noch die Shell Batterie an. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und dann... Das ist gut. Die Maschine sind immer super gemäht. Die für Galacticraft wirklich. Auch nicht. Was ist da eigentlich Stromöffnung bei dem? Das ist dick blöd. Ich muss immer perfekt drüllen, das nervt mich. Aber ich muss das mit der Batterie herummachen, ne? Ich meine, das war auch der Grund, hier werde ich das ganz mit der Batterie gemähtun. Schöne Fall werde ich das tsch und das auch nix falsch klären. Nächste Kehr geben wir auf Schöne Fall auch benahnern mit Planeten, wie so ein Satellitemount halt, ne? Und ja, wuh! Das war ein Alpenmeld. Ich wünsche dich dann noch schön da. Bis nächste Kehr. Ciao! Ciao! Ciao!